Gewerch in der Kasse Präsentiert von Waltraud und Mariechen Für wen zählst du denn das? Für welche Leute? Für den Sparkassen Newsletter Der Spar, den müssen wir lustig machen Der Sparkassen Newsletter Gibt es sowas ähnliches, aber halt in moderner Form Mehr Giro hast du die ganze Woche Mehr Punkt Giro Ja, so heißt nämlich das ganze, was jetzt passiert Erklär mal was Weil Sie quasi jetzt mit jedem Mal, wenn Sie Ihre Girokarte benutzen Bei ausgewählten Händlern in Nürnberg, Fürth, Erlangen und so weiter Auch online, also auch im Internet Also in Vörter Landkreis, das muss man ja sagen Und Nürnberg ist ja quasi der Vörter Landkreis Und Erlangen ist auch der Vörter Landkreis Also in Vörter Landkreis und in Fürth, wenn Sie da einkaufen Und mit der Karte zahlen, dann kriegen Sie da eine Rückvergütung auf Ihr Konto zurück Also Sie haben quasi was gespart Sie ist quasi wie früher die Rabattenmarken Hab ich ja am Anfang erklärt, wie das war Ja, hast du mir noch nicht gesagt, für was das ist Das Prinzip, ne? Und wenn Sie weiter mehr wissen wollen, schau es einfach in Newsletter rein Da steht alles ganz genau drinnen, Frau Spar Aber wir haben Sie doch jetzt erklärt, zahlen Sie bei ausgewählten Onlinehändlern Und bei den Händlern in Fürth und Fürth Landkreis Mit Ihrer Girokarte Und dann haben Sie mehr auf dem Giro Also, jetzt wissen Sie es, oder? Ja Ade, bleibschi